weiteren baufolge im speedbild ja wie ihr gerade seht habe ich hier schon etwas vorgearbeitet er hängt ich weiß hier soll irgendwann der familienfriedhof hier habe ich noch ein paar bäume und so ich habe auch schon innen alles fast fertig bis auf möbel noch nicht schon mal die lampen also die kerzen hier oben ist draculas reich ich habe noch ein paar zimmerchen gebastelt und wie ihr seht habe ich schon einiges fertig hier ist ein teich dracula steht mittlerweile schon da danach können wir irgendwann anfangen zu spielen erst mal die sachen die ihr im inmentar hat schon mal rausholen und dann würde ich sagen viel spaß beim speedbild bis später bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.